Hallo und herzlich willkommen Mama zu einer neuen Runde von Yoshi's Wully World. Ja wir machen das Levelchen nochmal das Schalrollen Schikane, denn das hört sich schon sehr nach Spaß an. Das hört sich schon sehr nach Spaß an. Probieren wir das mal einfach. Ja. Also ich habe doch auch mit Dings zu machen. Äh was? Alter ich hab doch gelutscht. Ich hab die noch weggelutscht, mein Junge. Wurde aber trotzdem getrocknet. Ich mein gut wenn man hochgerückt und dann... Ja was ist das hier? Wie gelitten sind die denn? Ich kann weglutschen. Kann ich weglutschen? Mh. Kann ich weglutschen? Kann ich weglutschen? Kann ich weglutschen? Alter was ja auch geht. Mh. 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 Ach komm mal welche. Kann ich noch was. Mh. 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 Das ist irgendeine Verschwendung. Der Junge geht mir langsam auf den Sack da unten. Warum ist der überhaupt da? Da muss doch auch irgendwas sein. Die sind doch nicht umsonst da. Schon ne Wolle? Schön. Äh, was ist das denn hier bitte? Jetzt raschen sie aus, ihr Haar, Alter. Jetzt rasten sie aus, ihr Haar, äh, jetzt rasten sie aus, ihr Haar, äh, jetzt rasten sie sie echt auslangen. Ach nee, muss ich nicht so viel sagen, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, macht man ja auch ab und zu mal. Da oben nicht noch was. Das sah so verdichtig aus. Man kann ja mal gucken, ne. Wecklutschen, aua, oh Gott. Okay, drei sind zu viel, obwohl kann man ja auch vom Ding hier ausmachen. Ne. Komm her. Bis weg gelutscht, Junge. Ist da unten noch irgendwo? Ne. Man muss ja gucken. Da hinten ist auch nichts. Woa. Hier geht's ja ab. Ja. Äh, was? Alter. Das ist ein bisschen krank hier, ne. Also, gerade mit diesen, ja, da ist auch noch ne Wolle. Ja. Warum auch nicht? Ich mein, ist ja, ist ja nicht schon genug gelitten. Ist ja nicht schon genug gelitten. Gen-gen-gen-noch. Gott. Äh, nur ein Herz, nur noch. Na gut, ich kann jetzt speichern, das schon mal ganz so nice. Das habe ich schon an Wolle, äh, eine Wolle wieder vergessen. Das finde ich jetzt nicht so geil, aber, naja, kann man nicht ändern. Ich habe auch schon einigermaßen viele gefunden. Hm. 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 Alter. Ja, toll. Mann, das ist auch so krank mit dem Kakschviechern nah. Guck mal, jetzt habe ich nämlich wieder Keh, ne. Kann man hier irgendwo welche kriegen? Oder ist das eher nicht so... Ach, Mann. Na gut, nun lasse ich das! Warte. Alter, wie geritten das hier ist. Wo soll man die Wollen herkriegen, hä? Wir sind so viele so... Aha. Huh. Wir sind so viele so Scheißdinger. Wo soll man... Wo soll man bitte die Wollen herkriegen? Wecklutschen, wecklutschen. Ich meine, hier kriegt man wissen, welche Gegner noch wollen. Das ist... Ist schon angenehm, sag ich mal. Ja, da unten ist die nächste. Oder... Ja... Mir fehlt aber eine, das ist ein bisschen doof, ne. Ich will mich nicht spielen. Oh! Oh! Alter, was zum... Alter, was hier abgeht. Boah, ist das krank. Ja, und da oben noch eine. Mir fehlt wirklich nur eine. Das ist irgendwie... Ah! Ja, als ob. Komm her. Alter. Wäre toll, das bringt mich jetzt auch nicht viel. Wieder runterfalle, dann... Ach, Mann. Na, bei wenigstens, das geschafft. War schon krasser, das Level. Also, das ist schon... Das war auch schon Niveau voller. Ich hab auch gar nicht so viel gesagt, einfach nur. War schon ziemlich gelitten. Das war gelitten, Mama. Würde mich vielleicht mal vornehmen, bis zum nächsten Level zu spielen. Also, bis zum... Bis zur nächsten Welt. Bis dann habe ich denn auch genug Paars. Morgen müsste ich denn noch mal noch was anderes aufnehmen. Das... Aber na ja. Ein Schlösschen haben wir. Was sagt ihr, Kollege? Na, sind die gleiche gewesen? Magen wir mal das Schlösschen. Magen wir mal das Schlösschen. Muntis Blubberfestung. Wett. 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 Muntis Blubberfestung. Wett. 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 blubber bläschen also als ob ich es gewusst hätte das so nicht umsonst da wäre ein gutes versteck gewesen Alter wie ging das denn bitte eigentlich hätte ich gehittet werden müssen eigentlich hätte ich wirklich gehittet werden müssen also das war schon äh war schon sehr gelitten kommt in die wolle hier war eigentlich verschwinden ist hier oben noch was okay ist nichts habe ich gerade einen fehler gemacht oder ich hoffe nicht LOLL gegengen ah ah ich glaube ich habe einen Fehler gemacht Näääääääää savvy ach näее oh man ich will immer alles so schnell machen HUUAH JA er ist misspawn WIGH so was hat er denn für mich Das müsste ich mir mal angewöhnen, dass ich immer warte, bevor da irgendwie... Aber woher willst du das auch wissen? Zum Glück war es nur für eine Blume. Da habe ich jetzt auch nicht so viel mitgebracht. Kann ich jetzt auch nicht so gebrauchen haben? Na gut, gebrauchen kann ich es schon. Gebrauchen kann man das schon. Da oben ist 100 Kronen oder was. Alter! Oh, Alter, krass. Ja, so wie das auch. Aber waren hier nur so komische Dinge? Das kann ich mir nicht vorstellen. Na doch, waren hier. Wett! Hier da ist nichts weiter oben. Das ist ein bisschen verstörend. Da kann ich dem Spiel hier nicht glauben. Na doch, ist aber so. Okay. Sonst bin ich ja immer so... Sonst suche ich ja immer so ein bisschen. Oh, hier ist auch nichts weiter. Außer diese... What the? Hehehehehehe. Das habe ich gewusst, Junge. Dann muss ich nur da oben hoch... So. Wo hast du Affe verspindest mal? Und ich springe mich auf den Sack. So. Da habe ich schon noch was... Okay. Na gut. Da oben ist noch... Lebron. Da sind Lebron. Da sind Lebron. Ja, ich muss aber hoch irgendwie. So. Dann sind wir am höchsten. So nicht. Nein. Komm schon. Die habe ich wenigstens. Nein. Na komm hoch. Ist da oben nicht noch was? Nö. Na gut. War das mal die letzte Wolle? Doch man. Nee, oder? Was habe ich denn schon? Und zwei Wolle, zwei Dings. Das sieht schon aus. Das sieht schon ganz nice aus. Die haben da wohl gechillt. Ein Blümchen. Jetzt habt ihr irgendwelche Probleme da oben. Bäm, das ist gesicht. Ein Blümchen. Jetzt habt ihr irgendwelche Probleme da oben. Ich brauche nichts weiter. Ja, das ist Le... Aber eigentlich gefällt mir das Level ganz gut. Junge, du eierst mir dazu genug rum. Du eierst mir zu viel da rum. BAM! Ins Gesicht. Ach, die kommen immer neu. Na, Hammer. Volles, volles Life. Das finde ich schon ganz nice. Achso. Auch ich kann ja gar nicht schmeißen. Boah. Das ist ein bisschen gelitten hier, ne? Ja, ich habe keine Wolle. Weglutschen! So. Halt, 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 halt. Die nehme ich mir auch noch mit. Halt, halt, halt. Die nehme ich mir auch noch mit, ne? Alter. So. Dann habe ich noch ein paar Wollen. Dann kann ich die nach... Dann kann ich die nach... Dann kann ich die nach weglutschen hier. Oh, ist auch noch was. Okay. Eine Röhre. Die nehme ich doch auch mal mit. Ein kleiner Hüpfparcours hier. So wie es aussieht schon. Da gibt es ja nur diese... Ich hätte da schon mehr erwartet. Aber vielleicht kriegt man ja, wenn man es einsammelt alles. Habe ich schon mir gedacht. Okay. Dann gehen wir mal wieder rin. Und dann... Dann läuft es schon. Oh, der hat sich gerade umgedreht. Der hat sich gerade umgedreht. Der hat sich gerade umgedreht. Dann hätte er mich gehittet. Oh, komm. Ich bin da hoch. Jetzt hier doch noch irgendwie... Von hier kann man so viele Sachen verstecken einfach nur, ne? Da ist ja nix weiter außer das andere Zeugs, irgendeine Wolle, hm, ist da unten nur irgendwas? Nee, okay. Man muss ja gucken, ne? Das verpasst man nachher mal. Das will man ja auch nicht. Ich hab schon ne Wolle gesehen. Apropos. Ja, sie ist von den ganzen Items wieder schon ganz nice aus. Weiß ich, jetzt sage ich das und dann vergesse ich ne Wolle oder so. Das wäre wieder typisch, wollte ich sagen. Da hab ich schon ne Wolle gesehen. Alter, ich will nicht hoch, ich will runter. Gott. Nein, ich will da nicht hoch. Ach. Also manchmal das, äh, das denke ich mir auch schon verarscht vorher. Ja, hier. Nein. Die hoch. Los. So. Alter, ist das krank. Yeah, die dritte. Ich hab die dritten. Äh, an die vierte ist das, oder? Die da fünf. Es gibt ja fünf Wollen, die man sammeln. da oben ist auch noch was oh Gott Alter, ich will da hoch also manchmal ist das echt krank das ist Tastenvergewaltigung pur gerade Alter das kann ja noch gelitten werden mir tut schon mein Daumen schon wieder weh man muss auch immer so fest auf sich hasten drücken nein kaputt ich will wieder warten Alter, wie ach nee ich will wieder warten oder was das ist doch nice kann man die schon weglutschen da? weglutschen dass Yoshi keine Magengeschwüre kriegt bei dem ganzen Scheiß, die er hier frisst das muss auch ungesund sein also ich würde das nicht so locker wenn ich Joschis Magen würde ich das jetzt nicht so locker wegstecken weil das doch auch ein bisschen gelitten ist alter, alle wollen und alle Dinger das ist schon nice jetzt müssen wir noch den Boss besiegen und dann geht das schon aber mit vollem Herzen bin ich schon guter Dinge Ladevorgang nur mich wollte du einfach gestrickt um einzusehen wann du aufgeben solltest so einfach gestrickt wolle, alter mach nicht so ne flachen Wisse dafür bin ich zuständig so langsam erreichst mir eine Geduldsfahrt krochts kriegt man ja Hirnschäden bei den Witzen Hina Lakai knöpft dir zusammen mit deinen Kumpels den Yoshi vor wett wett der hat ja ne Hutmütze auf der Junge in dein Gesicht wow neuer neuer Attack war auch nicht schlecht bäms bämm in deinem Gesicht weggelutscht weggelutscht aua ah Mist wenn man sich die Nase kratzen muss hm so so der war doch easy going der Junge der hat mir nicht mal sonderbar schaden wie man ja gut außer da wo ich mir die Nase gekratzt hab aber wo ich das zählen lassen kann weiß ich nicht na gut man hat's nicht gesehen aber zumindest dass ich mir die Nase gekratzt hab aber 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 wir haben fast alles fast alles haben wir das ist doch nice jetzt mal ein Level wieder wo wir fast alles haben ach Mensch ein Level können wir noch machen und dann muss ich leider gehen ich hab ihn hart beenden je nachdem was zum Level kommt ein neuer Trick anstecken was kriegen wir jetzt für einen joshii wir hatten pastell joshii wurde was pastell joshii mein Mann gut man kennt ja pastellfarben aber was hat was hat ein pastellfarben mit dem anderen zu tun mhm wett na gut spielen wir den mal 3,5 Flauschvogelflugschule was was mal sehen was das für ein Level ist da bin ich ja schon mal gespannt no die sind ja süß alter kann ich jetzt mit denen schmeißen das ist ja alter nee nicht dass ich mit alter nee oder die sind voll süß da kann ich doch nicht mit schmeißen alter die sind voll süß man da kann ich doch alter die kann ich doch nicht schmeißen ach man das ist voll das Sadistenspiel da kann ich doch nicht mit schmeißen jetzt oooohh das ist so ein alter man die die armen Vögel die können doch auch nichts wieder alter die kann ich doch nicht mit Vögeln schmeißen alter ist da oben noch was alter wie man hier nur mit Vögeln schmeißen muss so ein Sadistenspiel einfach nur also können echt miese Sachen gemacht werden alter nee da muss ich hier mit Vögeln schmeißen und das in dem Nintendo Spiel was zur Hölle sowas Sadistisches und die quietschen so süß auch nicht mehr oh nein ich hab die Mutter getötet Mist wollte ich gar nicht mein Buch vorher hab ich auch schon eine getötet von da her was jetzt auch nicht so sein muss Alter was zum die sind verkappt gerade geh hoch Mist was ist die gleiche hoch wie gemein das wow wie gemein das ein Mann ist da muss man einfach mit mit Küken schmeißen oder mit man muss hier mit Vögeln schmeißen alter das ist voll sadistisch das Spiel das ist so gemein so was das ist so gemein so was ich hab mir doch gedacht dass hier noch was ist was ist denn hier noch was ist denn hier noch mhm 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 wie geil ich das gelöst habe gerade wie geil ich das gelöst habe gerade dass man hier mit Vögeln schmeißen muss das darauf komm ich echt nicht klar gerade diese armen kleinen Vögel das ist ja unnormal ja wie soll ich das denn machen ich mein gut herbei wie soll man denn ach so ja ach so ja das das soll das war gewollt ne also da das habe ich gewusst das ist auch noch was oder das ist ja nichts man wird ja noch mal gucken dürfen hm ach geh hoch so einmal weglutschen bitte boah und mal rüberspringen das wäre schon alter das ist ja das maul jungen bam was gäbe ich es da nicht mehr irgendwas da muss so ein Kästchen noch da muss ja auch irgendwas sein hm hm so eine Pflanze irgendwie da oben noch was da oben noch was boah ne Vogel und keine Wolle ähm was ähm sehr verwirrend da oben war ja nichts oder? ja nein war nichts ok ja ein bisschen gelitten schon ne ja ja jetzt muss ich das hier noch machen dann hab ich hier dann ach ne alter ich weiß nicht können die Mütter einem auch weh tun und so ich mein gut äh ich schmeiß ihre Kinder in die Luft und um da Brücken zu bauen oh da könnt ihr mir schon vorstellen dass ich da richtig hart aus dem Maul kriegen würde von den Müttern aber man wird ja wo fragen dürfen einfach ah ja hier ist uns da kriegt man ja auch so ein bisschen ja weiss Entschuldigung die stört gerade ein bisschen das hier ist schon etwas gelitten also was hab ich denn noch? ja das sieht schon ganz gut aus ist er umgerott? ne kann ich mir nicht vorstellen aber hier ist wohl der Po halt wie soll ich das denn machen also wie zur Hölle soll das denn machen? da muss ich mich ja treffen lassen oder? warte mal warte mal Moment kann man die nicht weglutschen irgendwie? ne na gut da muss noch ne Dings so weil irgendwie muss man ja da hinkommen ob das auch noch was der ist da runter gefallen äh äh lol hä wie soll ich dann ach so ich oh Gott bin ich bescheuert man das kann ich doch auch nie ahnen Moment kann ich das nochmal resetten? ja kann ich nur ok äh Gott so Junge beeil dich bevor das wieder weg geht nein ooooh man ist das blöd das ist echt blöd hier gerade alter ich überziehe schon wieder maßlos ich hätte mal doch ein Part beenden sollen so kann man das auch nicht machen ähm alter kann doch nicht wahr sein das ist so behindert und krank alter lutscht diese Scheiße weg man das geht doch gleich weg wieder jaaa mann ich bin doch nicht ich kann das Ding nicht ablutschen ich bin doch nicht ich kann das Ding nicht ablutschen Gott meine Herren was kann der Junge überhaupt das kann der Junge überhaupt das kann der Junge überhaupt so oh beeil dich jetzt hier jetzt kriegst du auf den Sack jaaa ooooh pfff alter vorletzte die vorletzte Wolle die vorletzte Wolle da wollen wir uns noch nicht loben lassen nie nie oh Gott dieser Witz so aah aah man na gut na gut na gut hm 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 Ja, letzte Wolle, das wollte ich doch. Hey, das wollte ich doch. Na gut, letzte Gumm übersehen. Was soll's, Hauptsache wir haben die Wollen und all der Part ist schon wieder so lang. Äh. Ja. Yay. Ja, 15,20. Was soll's? Im nächsten Tag geht es denn weiter. Und ich würde schon mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich einfach mal sagen, schaue ich den Joshi nochmal an, den Joshi kriegen. Flauschvogel Joshi wurde hier zusammengehegelt. Den spielen wir im nächsten Part. Und ja, den würde ich euch mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Rottix. Yummy.